Nein, bitte! Das ist nicht nötig! Diese Tigerwachen haben Betäubungsstöcke. Um mich zu schützen, muss ich sie von hinten angreifen. Halten Sie in der Bearbeitungszone fest. Wir sagen Bescheid, wenn wir so weit sind und ihr sie runter in den Tötungsbereich schicken könnt. Bestätigt, Zentrale. Keinen Schritt weiter, Batman. Wir müssen reden. Und ich weiß, dass du deines Lebens nicht mehr froh werden würdest, wenn du diesen armen Mann auf dem Gewissen hättest. Ich habe eine Frage. Danke. Vor meiner Ankunft war diese Stadt dabei, im Dreck unterzugehen. Hast du je in Erwägung gezogen, dass du daran schuld sein könntest? Deine Gegenwart hat diese Tiere erschaffen. Sie vermehren sich wie Bakterien. Du hast ein Umfeld erzeugt, in dem die Bakterien mutieren und stärker werden konnten. Nehmen wir nur mal Joker. Würde er ohne dich überhaupt existieren, ist sicher deprimierend. Du hast so viel geopfert und bist doch an allem schuld. Oh, das ist fabelhaft. Endlich haben wir den großen Batman besiegt. Schon bald werde ich meinen rechtlichen Platz an die Seite meines Meisters einnehmen. Wir werden die Welt beherrschen. Vielen Dank, Batman, für all deine Hilfe. Und jetzt? Tötet ihn! Stehen! Lass dir nicht entkommen! Da, 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 da. Da, da, da. Hm. den habe ich nicht gesehen doch ernsthaft ja Hast du das gesehen? Er hat sie alle ausgeschaltet. Das ist zwecklos. Dark Knight. Das Unvermeidliche lässt sich nicht stoppen. Entschuldigung, wir hätten das nicht tun sollen, aber hier herrscht Chaos. Strange bringt alle um, die er hier reingeschickt hat. Er nennt es Protokoll 10. Was sollen wir jetzt machen? Warten Sie hier. Ich kümmere mich um Strange. Okay. Irgendwo war hier doch ein Geheimnis. Oh. muss mit extremer Gewaltanwendung und psychiatrischer Behandlung der Stufe 9 und 10 rechnen. Regel 3. Tigerwachen sind in Arkham City jederzeit weitersbefugt. Wenn Ihnen eine Tigerwache nähert und Ihnen ein Befehl gibt, haben Sie unverzüglich eine fliehende Position einzunehmen und die Hände hinter Ihrem Kopf zu verschränken. Sollten Sie diese Position nicht steil nehmen, haben Sie mit Gewalt eine Fläche, die mit äußerster Härten kaputt. Diese Regeln sind ununstößlich. Und Kraft der mit von den Bürgern Wottems verliehenden Vollmachten gesetzt. Ja. Du bist ein Kackvogel. Fördern. Während Sie in meinem Gewalt an sind, werden Sie den Bestimmungen zum Arten durch ins Detail Folge leisten. Diese Regeln stellen Ihr eigenes Überlebens sicher. Regel 1. Hm. Ah. Werte Annäherung wird als Ausbruchsversuch gewährt. Dann machen wir das so. Das scheint richtig zu sein. Aha. Ach. Ernsthaft jetzt? Ach, guck an. Wo bin ich denn? Das sieht so aus wie Richtung... Ach ja. Hier so Richtung die... Diese Straßen hier von... Ah, die Straßen hier. Richtung die... Wonder City. Okay. Wunder City. Wonder City. ich denke mal damit kommen wir ganz gut zurecht aber wir müssen irgendwie dahin dafür muss ich wahrscheinlich noch mal den da hinpacken das hört sich gut an oder das sieht gut aus meine ich ach guck an hier und das war auch mit dem ne was ich nicht so manchmal das merken kann dafür brauchen wir ausrüstung und dann sollte das klappen distanz hatte ich zwar schon aber zerebral so den nimmst mit okay nimm da kenne ich nix ach fiona du bist das da waren wachen du weißt schon die typen die für strange arbeiten sie kamen her und haben angefangen jeden umzubringen es war ein blutbad anscheinend versucht strange seine spuren zu verwischen sie scheinen sich gut zu verstecken und bringt sie da raus und bringt sie da raus sie sichern während wir uns der letzten phase von protokoll 10 nähern möchte ich die zeit nutzen allen teigereinheiten für ihre wundervollen leistungen zu danken die bildschirme vor mir zeigen an dass wir uns zügig einer sterblichkeitsrate von 22 prozent annähern meinen berechnungen zufolge werden sämtliche insassen von arkham city innerhalb der nächsten drei stunden sterben dann tritt protokoll 10 in phase 2 über zum ende des monats werden in keystone und metropolis neue lager nach dem muster von arkham city entstehen wir alle können stolz auf das sein was wir geleistet haben wir finden die lösungen die diese welt braucht wir sind die zukunft wir sind sicher keine spur von ziel sprengladung scharf er hat einen von euch trotteln ausgeschaltet bewegung verwundeter bei meiner position wer lässt euch alle wie kleinkinder aussehen wechsel auf wärmebild aus dem punkt gesichert keine spur von zielpersonen was zum nebel aber sie haben seine erwartungen also nicht erfüllen können wie vorhersehbar ich stelle mich heute echt nicht gut an aber gut was willst du muchen ne so das war der letzte der reich gesichert tiger 43 an turm der raum ist gesichert alle neuen insassen wurden neutralisiert sehr gut protokoll 10 macht große fortschritte während wir uns der letzten phase von protokoll 10 nähern möchte ich die zeit nutzen allen tiger einheiten für ihre wundervollen leistungen zu danken die bildschirme vor mir zeigen an dass wir uns zügig einer sterblichkeitsrate von 22% annähern meinen berechnungen zufolge werden sämtliche insassen von arkham city innerhalb der nächsten drei stunden sterben dann tritt protokoll 10 in phase 2 über zum ende des monats werden in keystone und metropolis neue lager nach dem muster von arkham city entstehen wir alle können stolz auf das sein was wir geleistet haben wir bieten die lösungen die diese welt braucht wir sind die zukunft ja komm er hat einen von euch trotteln ausgeschaltet bewegung rücke vor um zu sichern verwundet bei meiner position verwundet er hat einen von euch trotteln ausgeschaltet schade er lässt euch alle wie kleinkinder aussehen er hat einen von euch trotteln ausgeschaltet naja ich habe auch nicht vor mich zu zeigen das zählt mal durch bewegung weitere verwundete bei meiner position wechsel auf wärmebild aussichtspunkt gesichert eine spur von zielpersonen zählt mal durch bewegung das ist inakzeptabel ich dachte ihr werdet besser ausgebildet das ist noch nicht vorbei ja dachten sind keine leuchten kollege bewaffnung gut jetzt fahren wir nämlich auch mit dem fahrstuhl glaube ich das hatte ich ja schon mal erwähnt na liebs liebschaft liebschaft klingt doch voll und nochmal medikation liebschaft klingt doch ist mal eben um Ich war irgendwie die Meinung, beim Hochfahren findet man hier so einen Drachenkopf. Ach, da! Ah! Oh nie, echt jetzt? Nein! Wieder mal nicht mein bester Kampf Aber egal, überstanden Wir treffen Sektor 2